Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Anleitungsvideo. Es geht heute hier darum, mal kurz zu zeigen, wie ihr mit dem System arbeiten sollt. Als erstes empfehle ich euch also einen Browser zu starten. Wichtig, ihr braucht jetzt das Schul-Moodle mit der Adresse moodle2.clg-laubheim.de. Ist die Seite aufgerufen, meldet ihr euch mit eurem Benutzernamen und eurem Passwort an. Und wechselt dann hier unten bei den Kursbereichen in den entsprechenden Kurs. Zum Beispiel Informatik ITG. Und das hier mache ich mal am Beispiel der Klasse 7. So, hier habt ihr jetzt euer Moodle System. So in etwa sollte das bei euch aussehen. Und hier habt ihr jetzt die entsprechenden Aufgaben, die abzuarbeiten sind und die ihr also umsetzen sollt. Geht ihr dann hier jetzt zum Beispiel in das Arbeiten mit Textverarbeitungsprogramm. Erhaltet ihr hier erste Aufträge. Und ihr findet dann hier häufig ein Video, ein YouTube Video, das ihr euch anschauen sollt. Klickt bitte mit dem Mausrad auf das Video. Nicht mit der linken Maustaste. Wenn ihr mit dem Mausrad darauf klickt, wird hier oben dieser Link in einem neuen Tab geöffnet. Diesen Tab könnt ihr dann abreißen. Und ihr habt dann praktisch nur dieses Video in einem separaten Fenster. Man kann es auch wieder abdocken, andocken in einem separaten Fenster. So. Und wichtig ist jetzt, wenn ihr das Video also anschaut, empfehle ich euch natürlich unbedingt das Video im Vollbildmodus zu sehen. Das heißt, das Video nimmt dann den ganzen Bildschirm ein. Damit ihr das besser sehen könnt. Gut. Wie sollt ihr jetzt arbeiten? Nun, wenn ihr in dem Video entsprechende Bereiche euch angeschaut habt. Das sollte eher kurzschrittig passieren. Also Bereiche von wenigen Sekunden. Dann stoppt ihr das Video. Ihr könnt das mit der Leertaste stoppen und wieder laufen lassen und wieder starten. Ihr könnt mit dem Cursor Pfeil rechts das Video 5 Sekunden vor oder 5 Sekunden zurückspulen. Und so also sehr gut in dem Video navigieren. Wenn ihr das Video jetzt anhaltet, wechselt ihr mit der Taste Alt Tabulator. Die Alt Taste links neben der Leertaste. Die Tabulator Taste ist die mit dem Doppelpfeil auf der linken äußeren Seite. Die Alt Taste gedrückt halten. Drückt ihr die Tabulator Taste einmal öffnet sich so ein Fenster. Und ihr könnt jetzt hier in diesem Fenster das Programm auswählen, das als nächstes gestartet werden soll. Also geöffnet werden soll. So und wenn ihr jetzt zum Beispiel den Browser auswählt und die Alt Taste loslasst, dann kommt der Browser in den Vordergrund. Wenn ihr Alt Tabulator den Browser mit dem Video auswählt, Alt Taste loslassen, kommt das Video wieder in den Vordergrund. So könnt ihr also leicht zwischen den Aufgaben und dem Video hin und her wechseln. Sollte im Video eine Anleitung für das Arbeiten mit LibreOffice Writer zum Beispiel gegeben werden, dann könnt ihr natürlich auch das Writer-Programm starten und könnt ihr auf das Writer-Programm umschalten mit Alt Tabulator. Könnt hier drin das, was ihr eben im Video in den letzten Sekunden gesehen habt, ausprobieren. Zum Beispiel eben rechte Maustaste, Seiteneigenschaften aufrufen, hier die entsprechenden Einstellungen vornehmen, euch anschauen. Steuerung, Mausrat nach hinten, wie sich das verändert. Dann wechselt ihr wieder zum Video. Mit der Leertaste könnt ihr das Video jetzt wieder laufen lassen. Mit der Leertaste könnt ihr es anhalten, wenn ihr jetzt etwas Neues entdeckt habt. Das nächste mit Alt Tabulator wechselt ihr dann wieder zur Anwendung und probiert das dort aus. In diesem Sinne könnt ihr also sehr intensiv hin und her schalten zwischen den Programmen. Anleitung anschauen, ausprobieren. Es geht nicht darum, das Video sich anzuschauen, sondern es geht darum, das Video als konkrete, direkte Anleitung zu verstehen, zum Handeln. Und das auch gleich umzusetzen. Solltet ihr im Video etwas übersprungen haben, was nicht verstanden haben, könnt ihr es ja jederzeit nochmal zurückspulen. Wie gesagt, Pfeil links, die Cursortaste, 5 Sekunden oder Steuerung, Pfeil links, sogar 10 Sekunden. Damit ist also eine gute Voraussetzung gegeben, dass ihr intensiv die Anleitung in die Tätigkeit im Programm dann umsetzt und dadurch lernt. Natürlich solltet ihr euch entsprechende Notizen noch in eure Unterlagen machen, damit ihr dann auch das festigt und immer wieder anwenden könnt. Unabhängig davon bleiben euch natürlich die Videos erhalten und ihr könnt diese Videos dann auch zu Hause euch jederzeit wieder anschauen. Soviel zunächst zu diesem kleinen Vorschlag. Also wichtig, zunächst das Abreißen des Tabs in ein separates Fenster, das man dann im Vollbildmodus laufen lässt. Das Umschalten mit Alt-Tabulator zwischen den Programmen hin und her. So könnt ihr also das Video in einer sehr guten Qualität, in hoher Auflösung sehen. Übrigens, gleich nach Einschalten des Vollbildmodus ist das Video erstmal relativ unscharf. Es dauert einen Moment, bis die benötigten Daten nachgeladen werden. Dann ist es aber in sehr guter Qualität in der Regel zu sehen. Gut, also an dieser Stelle hilft nur ausprobieren, sich an diese Arbeitsweise gewöhnen. Dann kann sie richtig Spaß machen, weil ihr in der Lage seid, Schritt für Schritt euch die Dinge zu erarbeiten und dann natürlich auch hoffentlich die entsprechenden Erfolge habt. Viel Spaß dabei!